Dass Sie zu einem Titel auch den Volltext besitzen, wird Ihnen rechts in der Literaturliste angezeigt, in dem da ein PDF-Symbol zu sehen ist. Öffnen können Sie die PDF ganz einfach durch Doppelklick auf den Titel und schon wird Ihnen der Volltext in Sotero angezeigt. Sie können ihn hier lesen und Sie können interessante Textstellen farbig markieren. Zum Beispiel diese Textstelle kann ich auswählen und dann die Farbe auswählen, in der ich sie markieren möchte. So können Sie die Texte in Sotero auch bearbeiten. Auf der linken Seite können Sie sich alle markierte Textstellen anzeigen lassen. Dann können Sie durch Auswählen der Textstelle dorthin springen und Sie können auch die Liste der markierten Textstellen filtern, indem Sie die Farbe auswählen, die Sie angezeigt haben möchten und schon werden Ihnen nur noch diese farbigen Textstellen angezeigt. Außerdem können Sie an dieser Stelle auch Notizen beim Lesen anlegen. Oben rechts können Sie eine Eintragsnotiz anlegen, durch Eintragsnotiz hinzufügen. Hier können Sie zum Beispiel Freitext, Ideen, Notizen oder auch schon Textentwürfe, die Ihnen beim Lesen einfallen, festhalten. Außerdem können Sie an dieser Stelle auch Zitate sammeln, die Sie später gerne benutzen möchten. Markieren Sie hierfür einfach die relevante Textstelle und sagen Sie zur Notiz hinzufügen. Schon wird der markierte Text übernommen und ein Kurzverweis zu dem Titel wird eingefügt. Auf dieselbe Art können Sie auch bereits markierte Textstellen einer Eintragsnotiz hinzufügen. Klicken Sie einfach auf die drei Punkte und sagen Sie zur Notiz hinzufügen. Diese so gesammelten Zitate können Sie später automatisiert in der Textbearbeitung einfügen. Wie Sie das machen, zeigen wir Ihnen im nächsten Video.